Ich freue mich auf die Konferenz am 27. September und möchte Sie ganz herzlich einladen. Ich werde gemeinsam mit Vertretern der Trumpf Financial Service GmbH ein Panel durchführen. Die Vertreter von Trumpf werden erstmal ihr Unternehmen vorstellen, sodass sie ein bisschen Hintergründe auch erfahren über die Einführung der Credit Management Software von Professor Schumann. Und danach werden wir uns austauschen, diskutieren über Technologie in Finanzdienstleistungsunternehmen und hier ganz besondere auch bei Captives, also bei Gesellschaften, Finanzierungsgesellschaften von Herstellern. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich einschalten. Es wird bestimmt einiges Interessantes und Spannendes für Sie zu sehen geben.